Tatsächlich meinem persönlichen Lieblings-Deck aus dem Vierer. Und zwar Tricky Terrain, ein Simic-Lands-Meta-Deck. Nur diesmal Lands mit einem Twist. Und zwar diesmal geht's ja mehr auf die Land-Untertypen, oder? Genau, es geht ein bisschen mehr auf die Lands-Untertypen, weil's halt Lander auch kopiert. Zusätzlich dazu zu dem altbekannten, was wir eh schon haben, Simic kopiert alles Style, sag ich mal. Dann haben wir jetzt auch noch den Punkt, dass wir halt diese Untertypen eben wie ... Wir können das ja schon mal sagen, so was wie Gates oder so was wie Ursas Powerplane, Ursas Mind, Ursas Power. Das sind ja auch Typen, Locusse, also Orte. Das sind schon Dinge. Deserts gehört auch dazu für die Leute, die jetzt relativ neu dabei sind. Auch die gehören dazu. Und solche Untertypen werden halt ein bisschen relevanter an diesem Deck. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich find's halt deswegen so spannend, weil ich hab ja mein Five-Color-Garth-One-Eye-Gates-Deck, was sämtliche Gates spielt, die gedruckt wurden in der Magix-Geschichte. Und zum einen krieg ich, glaub ich, mit diesem Deck noch ein paar Gates mit dazu. Zum anderen könnte ich eben mit den Everything-Countern, die sehr unkreativ benannt worden sind, meiner Meinung nach, tatsächlich das noch einfacher erfüllen, falls es nicht schon einfach genug war. Ähm, in Form von Umo, Queen of Vesuva. Ein 3-Mana, zwei generische und ein Hybrid-Simmick, also sowohl grün oder blau kann man dafür zahlen. 1,5, Shapeshifter Noble. Wenn sie ins Spielfeld kommt oder angreift, können wir ein Everything-Counter auf jeden von bis zu einem, also auf ein Land legen und einer Target-Creature. Jeder Land mit einem Everything-Counter ist jedes Land-Type in addition to its Other-Types und jedes Non-Land-Creature ist alles, also ist jeder andere Kreaturen-Typ. Und bevor wir in die Mechanik reingehen, findest du den Namen Everything-Counter auch so weird wie ich oder bin ich da irgendwie alleine? Nein, absolut nicht. Ich find das ganz, ganz, ganz weird und schrecklich. Heilige Makrele, das ist, also, vor allem, ich will wissen, wie der auf Deutsch heißt. Das hab ich mir auch gesagt. Das ist so, alles-Counter. Die Alles-Marke. Ja, Alles-Marke. Lege eine Alles-Marke. Ja, oder lege eine Jedermanns-Marke drauf. Keine Ahnung, ey, das ist ... Oh, das wär großartig. Oh, geht so. Eine Jedermann-Marke. Es ist so schlimm, meiner Meinung nach. Also, es ist wirklich ... Ja, also nicht der Commander, die Markennamen. Der Commander, den find ich sehr geil. Ja, total. Ich find den auch, also, überraschend stark, wenn wir halt ... Ich glaub, wir können auch direkt erst mal in die Länder gehen, was das nämlich bedeutet. Also, wir haben halt so Sachen, wie nehmen wir zum Beispiel auch Modern-Klassiker Ursus Tower, der ja sagt, das ist ein Land, tapft für ein Farbloses. Und wenn wir ein Ursus Mine, Ursus Tower und Ursus Power Plant kontrollieren, macht er eben drei Mana. Und das ist halt diese Tron Lands, die machen ... Also, Ursus Tower ist, glaub ich, der Einzige, der drei macht. Die anderen machen jeweils zwei und so hat man insgesamt sieben Mana. Wenn man Ursus Tower legt und nur auf Ursus Tower ein Everything-Counter drauflegt, triggert der sich selber und man tappt den sofort für drei. Und das ist halt eben so was, was ich halt so strong finde in diesem Fall, dass man halt wirklich so Landtypen eben wahrnimmt, auf einer ganz anderen Art und Weise. Wir hatten ja auch in Thunder Junction das Desert Deck. Und das wird, glaub ich, auch von Umro, Queen of Esuva, sehr stark profitieren, weil man endlich gute Länder spielen kann und sie dann in Retrospektive eben zu anderen Landtypen eben machen kann, oder? Also, wie findest du diese Mechanik dahinter? Spannend. Einfach sehr spannend. Vor allem, weil's halt auch dafür sorgt, dass in meinen Augen halt die stärkere Karte mit dem Cloudpost extrem viel Mana macht. Weil Cloudpost ja tappt für jeden Locust, den man kontrolliert, also jeden Ort, den man kontrolliert. Und bisher gab's halt Glimmerposten und so ein, zwei Nischen, andere Sachen. Und Silver Border gab's auch einiges. Und jetzt können wir hiermit halt sehr viele Orte erschaffen, was halt für sehr, sehr viel Mana sorgt. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt, das Ganze so ein bisschen aufzuziehen. Ja, voll. Also, ich versuche auch gerade aus der Deckliste rauszufinden, wer denn der Second Command ist. Bin dabei über einen Reprint gestolpert, was dich, glaub ich, freuen würde. Und zwar Umro, Titan of Nature's Wrath. Endlich nochmal reprinted, oder? Endlich geht der Preis nochmal runter. Ja, mehr Leute, die den Dreck spielen. Ja, hätten sie dafür nicht einen Schockland spielen können. Das ist wie ein Schockland. Ich hätte das Deck keine Ahnung wie aufgekauft, wenn ich dafür einen Schockland bekommen hätte. Aber ich muss sagen, Uro macht hier doch sehr viel Sinn. Ich mein, Uro ist, glaub ich, die brokenste Ramp-Karte, die sie jemals gedruckt haben. Einfach so Growth Spiral mit Live Gain, mit einer Karte ziehen und allem drum und dran. Und dann ist es noch irgendwann ein 6-6er, also dumm ist es. Aber tatsächlich, der Second Command ... Aber ich glaub, es ist nicht Tatjowa. Nein, nein, nein. Und dann bleibt ja nur noch einer. Es ist Yoti Mwak Ancient. Ein 4-Mana, zwei generisches, ein grünes, ein blaues. Für ein 2-4-Elemental. Und also Legendary Creature Elemental natürlich. Ist ja ein Commander. Und wenn der ins Spielfeld kommt, kreieren wir einen 1-1 Forest Duryaden Land Creature Token für jedes Mal, wo wir ihn aus der Command Song gecastet haben. Und at the beginning of each combat, land, creature you control, get plus x plus x until end of turn, where x is Yoti's power. Also ... Er macht eine Menge Dryad Arbor. Er macht ein bisschen, ja, diese Forest Dryads. Was sehr interessant ist, weil das ist ja wirklich was, was wir erst seit gar nicht so allzu langer Zeit haben, dass wir Tokens haben, die auch Länder sind. Aber natürlich auch gleichzeitig, die halt eben Kreaturen. Ja, so Dryad Arbor gibt es schon ewig. Ja. Als Karte. Das stimmt. Und es ist ja einfach nur ein Token von einer modern gespielten Karte, ähnlich wie ein Tamo Golf. Auch da, ja. Zumindest seh ich das, ja. Was ich ja auch hier wieder sehr weird finde, es ist keine Dryad Arbor drin. Stimmt. Auch das finde ich wieder sehr weird. Ja, ja, genau. Aber ansonsten spannend, weil beim ersten Durchgehen hab ich gar nicht so viele Manlands irgendwie gefunden. Ähm, was mich halt so ein bisschen, was den halt so ein bisschen lonely darstellt. Also, ich glaub, es ist gar kein Manland drin, oder? Ja, ich müsste mal nachgucken. Warte, ich bin fast durch, ich bin fast durch. Nö, es ist kein Manland drin. Also, er ist sehr lonely. Er hat selber, er hat außer seine eigenen Dryad Arbor, die er mitbringt, halt echt nicht viel zu tun. Aber es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob man seine eigenen Länder quasi in Kreaturen verwandeln möchte. Weil das macht ja ... Also, wir hatten ja auch schon Landfall-Decks oder Landmatters-Decks, die genau auf diesen Plan gehen. Ich würd was sagen ... Hier möchtest du's ja, weil du ja Combat-Damage mit denen mit XX machen wirst. Also, er erfüllt eine sehr weirde Lücke. Ja. Aber irgendwie passt der nicht ganz in das Deck rein. Er ist nicht schlecht, er ist ganz cool von der Idee her. Aber er passt nicht in dieses Deck rein. Da würd ich lieber Uro als Commander nehmen, das sag ich. Ja. Ja, total. Ich kann's total nachvollziehen. Und er ist vor allen Dingen halt auch ... Er macht von sich aus halt nicht Länder zu Kreaturen. Man könnte natürlich dann so was spielen, wo von wegen all deine Länder werden zu 3-3ern oder so was. Dass man halt so was irgendwie in die Richtung macht. Aber ja, er fühlt sich so ein bisschen ... Er fühlt sich so ein bisschen, als ob sie ein cooles Simic-Design hatten und schon ein Deck designt hatten. Und dann haben sie aber Umo, Queen of Vesuva designed und gesagt, okay, lass uns damit gehen. Also, so ein bisschen ... Ich glaub, man kann darum ein cooles Deck bauen, auf jeden Fall. Aber ich glaub, Umo ist die unfassbar ... Also, es ist die deutlich interessantere Karte, zumindest für mich, was halt hier drin ist. Wir haben aber auch so ein paar so Klassiker drin. Wir hatten auf Uro, sind wir natürlich schon eingegangen. Aber wir haben ja auch Skullswarm drin, gehasst und geliebt. Wir haben Dryad of the Ilsen Grove, tatsächlich mit einem neuen Artwork. Sehr geiles Artwork. Der nackte Typ im Artwork ist jetzt nicht mehr nackt. Er schaut dich nur noch ... Sehr geiles Artwork. Er schaut dich nur noch durch die Blume an und lässt dich wundern, ob er nackt ist oder nicht. Apex Devastar ist drin. Das hat mich auch so verwirrt. Und so, wo ich mir gedacht hab, so, warum ist der nicht in dem Lore-Kolf-Deck? Also, Skate, 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 ist halt einfach irgendwie weird in einem Deck, wo es halt um Länder und Kopie-Effekte und zusammen geht. Weil selbst wenn man den kopiert, man ... Das ist ja beim Cast, es ist so weird. Es ist so weird. Ja, es ist sehr interessant, was die machen. Ich mag aber auch die Reprints, die hier drin sind. Wir haben halt Yabimaya, Cradle of Growth. Einfach alle Länder sind Forests in den deutschen Tools Other Times. Und wir haben so was wie Vesuba, was auch eine überraschend teure Karte geworden ist, weil sie ja auch mit Dark Depths funktioniert. Was halt ja auch nicht funktioniert mit Dark Depths. Nein, tut sie nicht. Vespian Stage funktioniert mit Dark Depths. Ach so. Vesuba kommt als Kopie rein und hat die 10 Mark. Ah, okay, verstehe. Vesuba ist so teuer, weil sie halt sehr gut unter anderem auch in Modern funktioniert, mit den Bounce Lands, in dem Titan Deck. Und auch in dem Cloud Post Deck mit den Locusten gespielt wird, wodurch sie halt sehr oft gespielt wird. Und Vesuba ein sehr guter Commander Stable ist, weil man irgendein Land kopieren kann, auch die von den Gegnern. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber auch Thespian Stage ist hier drin. Also, wir haben hier auf jeden Fall alle Karten drin, die nicht allzu teuer sind. Ich hätte jetzt vielleicht so ein Nixos oder so was. Oder so ein Field of the Dead. Wäre vielleicht auch noch mal ein geiler Reprint hier drin gewesen. Aber ich glaube, dann hätten sie das Budget wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen zu überstanden. Aber ... Es gibt halt sehr kranke Karten hier drin, das muss man einfach sagen. Also, das Talon-Gate ist sick. Das ist sehr gut. Und es ist ein Gate. Es ist ein Gate. Genau, es ist ein Gate. Es kommt enttap ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, fesen wir eine Kreatur aus. Wir können es tappen für ein Farbloses. Wir können ein Mana tappen, Mana beliebt auf Farbe bekommen. Also, Mana waschen sozusagen heißt das. Und wir können es für vier Mana einfach von der Hand ins Spielfeld bringen. Das können wir auch als Instant machen. Damit haben wir auf einem Gate-Land-Combat-Trick, das ist halt schon sick tatsächlich. Und dann haben wir für mich eine Karte, wo ich gesagt habe, ui, 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 ui. Und zwar ist hier Planner Nexus drin. Oh, ja. Das ist auch eine neue Karte. Genau, das ist eine neue Karte. Und Planner Nexus sagt halt, dass es alle Basic-Land-Typen hat. Mhm. Was halt einfach sagt, na ja, also, es hat halt sechs Typen. Naja. Und es hat halt Waste und was nicht. Also, es tappt für farblos oder es tappt für ein Mana beliebtiger Farbe oder es tappt halt für jedes Basic-Land-Typen. Wenn es alle Basic-Land-Typen hat, hat es auch dafür. Ja. Und dann bin ich zurückgegangen und hab mir gedacht, okay, das werden sie ja wohl in das Eldrasi-Deck auch gebracht haben. Weißt du, wo das fünffarbige Land nicht drin ist? In dem fünffarbigen Commander-Deck. Aber ist das mehr als in nur einem Deck drin? Ich glaub, sie haben es nur hier reingebracht, oder? Ja. Ja. Aber halt nicht in dem fünffarbigen. Das wäre schon sinnvoll, definitiv, ja. Also, das ist ein bisschen insane. Aber ich find Planner Nexus auch spannend, weil wenn der mit jedem Basic-Land-Type quasi oder Non-Basic ... Ah, Moment, nee, das ist ja jedes Non-Basic-Land-Type. Das heißt, es gilt als Geld. Ja, ja, Non-Basic-Land-Type. Stimmt. Genau. So alles ist andersrum. Aber das ist ja eigentlich auch spannend, weil ja auch das quasi ohne diese Everything-Counter ... Oder macht mein Rage nicht so viel Sinn. Das tut mir leid. Nee, alles gut, alles gut. Ich muss das grad auch noch mal neu lesen, bis ich's gecheckt hab. Aber auch das, bloß halt Ursus Tower, ist halt sofort Ursus Tower-Trap für drei Länder, für drei Mana. Und das ist ... Das ist ein zusätzlicher Cloud-Post. Aber das ist noch ein Cloud-Post. Und dann kannst du noch Counter auf deine anderen Forests weiterschmeißen. Dann sind die auch quasi Locust dazu. Ja, da bin ich ja im Commander-Kram. Ich bin ja im Legacy. Das ist spannend. Ja, es ist ... Die machen hier wirklich spannende Dinger. Ich mag, dass hier so ein ganz neues Design-Feld so eröffnet wurde. Es ist nicht so weit weg von dem, was Simic normalerweise macht. Aber es hat genug, sag ich mal, von den Simic-Staples, die tatsächlich teuer sind. Das spricht ja wie Maya, Uro und auch selbst so was wie Apex Devastator, wo ich mir sage, okay, Value-mäßig klingt das echt nicht unspannend. Und darüber hinaus sind halt neue Designs drin, wie halt diese Everything-Counter und die ganzen Länder, die dann Non-Basic-Land-Typen quasi darstellen, mit denen man dann irgendwie herumspasen kann, entweder im Commander oder halt wirklich in Legacy. Was hältst du von dem Desert-Sub-Theme? Weil das find ich geil. Du hast auf der einen Seite zum Beispiel Lasotab-Query. Das ist eine Desert-Tab für ein farbloses ... Oder du kannst eine Kreatur opfern, um mal eine Farbe zu bekommen, wenn du es tapst. Oder du kannst zwei generische bezahlen, X bezahlen, eine Desert-Opfern, eine Kreatur mit meiner Kosten von X oder mehr aus dem Friedhof-Exil und eine Copy, also ein Zombie-Black-Black-Fork-Kombi davon bekommen. Also wie heißt diese Fähigkeit? Eternalize. Genau, Eternalizen. Und was du ja zum Beispiel auch mit drin hast, ist zum Beispiel Desert-Warfare. Desert-Warfare ist eine Vier-Mann-Verzauberung, die sagt, immer wenn du ein Desert opferst und wenn eine Desert-Karte vom Feld in den Friedhof oder aus der Hand oder sonst wo gekommen ist, kannst du diese Karte aufs Feld legen, also ähnlich wie bei den Logolfs aus dem anderen Deck. Und zu Beginn des Combats, wenn du fünf oder mehr Deserts kontrollierst, bekommst du rote, weiß-rot-grüne Sand-Soldiers, was halt früher mal so ein Commander war. Und es gibt einen Sand-Soldier-Commander, ich glaub, der ist sogar auf der Reserve, das bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der hat ja einen richtig geilen Boost bekommen. Und diese Sand-Sachen, die ich hier drin gesehen hab, fand ich doch fast schon spannender wie den Rest, muss ich leider nicht sagen. Das ist halt das Ding. Und wir hatten ja wirklich in Thunder Junction das Desert Matters Commander Deck. Und ich glaube halt, wenn man hier die Sachen rauspickt, sich noch mal das Commander Deck nimmt, noch mal die alten Desert-Synergien mit rausnimmt, ich glaub, mittlerweile kann man mit Deserts ganz schön viel machen. Und wenn's halt wirklich diese Sand-Soldiers auch sind. Ja, es sind einfach coole Sachen dran. Ich finde, hier haben sie wirklich so ein bisschen mehr Kreativität rausgehauen als bei dem Eldrasi-Deck zum Beispiel. Und das find ich einfach gut. Also, ist, glaub ich, wirklich mein Pick für das Deck, was ich mir am wahrscheinlichsten von den Vieren holen würde, wenn sie nicht total überteuert wären. Auf dem sekundären Markt haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu Tricky Terrain zu sagen? Ich find Tricky Terrain wirklich cool. Also, wenn's nicht Uru drin wär, wär's mein Lieblings-Deck. Bin ich ganz bei dir. Und das ist so spannend. Ich bin auch gespannt, was da für Karten rumkommen. Weil bei dem Deck hier seh ich halt so was wie Copyland oder so. Es gibt ganz viele verschiedene Karten, wo ich sage so, hey, die sind nah genug dran, dass die auch im Legacy irgendwann mal playable sind. Deswegen, ich seh ja auch immer ein bisschen eine andere Brille immer noch auf diese Commander-Decks. Weil Commander-Decks ja auch für Legacy, das Format, wofür ich am meisten ja spiele und bekannt bin, tatsächlich die Karten auch ein bisschen printen. Deswegen guck ich mir die Karten immer auch aus zwei Blickwinkeln an. Auf der einen Seite natürlich Commander. Was ist dabei relevant? Wie sieht das aus? Wie sieht das Deck aus? Und dann immer wieder Legacy. Und ich glaube tatsächlich, dass in dem Deck hier einiges an Synergy schlummert, was man wirklich mit Cloudposts oder mit anderen ... Es gab auch mal so ein Dice-Factory mit Ursa-Ländern und so weiter. Es ist super spannend, was man hier mitmachen kann. Ich glaube, das ist spannend. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst in Legacy mehrere Land-Kombo-Decks. Sei es Dark Depths oder halt wirklich das klassische Land-Deck. Und das sind halt wirklich so Sachen, wo man denkt, okay, wenn sie jetzt hier damit auch noch rumspielen, dann kann ich super einfach sehen, dass halt so was wie das Horizon of Progress, über was wir gesprochen haben, eben irgendwo ... Ach nee, es war nicht Horizon of Progress, es war das andere, Planar Lexus. Dass das irgendwo halt Play sieht, einfach nur, um halt diese Sachen zu enablen, über die wir gesprochen haben. Weil im Endeffekt, damit das funktioniert, brauchst du halt nur zwei Länder. Du brauchst halt nur Ersos Tower und das Land. Und schon hast du halt ... Das ist interessant. Sie machen auf jeden Fall sehr viel spannende Sachen. Ähm, tatsächlich noch eine Karte, eine letzte, auf die ich kurz noch eingehen möchte, ist der ... ist die Rampant Frogantua, die ich sehr witzig finde, aber vom Thema, weil es ein 3-Mana-3-3-Creature-Frog ist mit Trample. Aber auch den Effekt bekommt plus 10, plus 10 für jeden Spieler, der diese Runde das Spiel verloren hat. Der generell verloren hat. Genau, der dieses Spiel verloren hat. Was ich auch interessant finde, weil manchmal hat man so diesen Moment, wo man einen Spieler relativ einfach rauskickt, aber dann wird das ganze Spiel in Commander so festgefahren und einer sitzt so dumm rum. Und ich find schön, dass Frogantua, wenn ich dann so ein Kandidat sein könnte, wo dann dieser Spieler, der schon was rausgenommen hat, schon jubeln kann von wegen, jetzt kick den anderen raus. Und dann ist der eine 23-23. Und dann haust du auch noch den letzten raus. Also, find ich ein cooles Design. Schade, dass der nicht Legendary ist, aber wahrscheinlich aus gutem Grund. Ja, es ist tatsächlich das zweite Mal erst, dass ich diese Fähigkeit sehe. Das erste Mal war halt, ist halt auch nur, wenn ein Gegner stirbt, dann bekommst du Marken. Und hier ist es ja einfach eine passive, die sagt, für jeden Gegner. Das heißt auch, wenn du sie später ziehst. Und dazu kommt ja noch dazu, dass man kann so viele Karten millen und alle Länder von ins Spielfeld getappt bringen. Normalerweise ist das dann auch aus. Also, wenn da eine 13-13er haut und man 13 Karten millt und bis zu 13 Länder aus einem Friedhof ins Spiel bringt, in einem Land-Typ-Matter-Stack ist normalerweise rum. Ja, ich glaub, irgendwann hast du ... Also, ich glaub, dieses Deck hat eine gute Chance, alle 44 Länder irgendwann ausgespielt zu haben, allein mit dem Frosch hier. Aber ja, wie würdest du denn abschließend die Commander-Decks von Modern Horizons 3 bewerten? Findest du sie, sag ich mal, vom Design her gelungen oder glaubst du, fehlt dir was? Mir fehlt eine Menge. Unter anderem Modern Decks. Wenn ich jetzt aber bei den Commander-Decks bleibe und sagen muss, okay, ich muss diese bittere Pille schlucken, dann geh ich den nächsten Schritt und sage, ich geh auch davon aus, dass keins dieser Commander-Decks diesen Preis hat, den er aktuell auf dem Sekundären Markt hat. Ich mein, es geht ja fast noch. Ja, also, wenn man sich das überlegt, theoretisch ist es ja fast noch okay. Ich muss das hier wirklich mit ganz großen Ausrufezeichen machen. Also, aus Deutschland kriegst du halt nichts. Ansonsten sind die so bei 60, 70 Euro. Das halt insane viel zu teuer ist. Da sind wir uns alle einig, keine Frage. Aber wenn ich das auch beiseite lasse, muss ich sagen, habe ich ein sehr kombolastiges Energy-Deck, wo sie sehr, sehr viele interessante Gedanken reingesetzt haben und sich auch ein bisschen was getraut haben, was ich persönlich ganz gut finde. Dann habe ich ein sehr liebloses, fünffarbiges Eldrasi-Deck, das einfach nur darauf baut, dass es zwei Lager gibt, die Leute, die Eldrasis lieben und die, die Eldrasis hassen. Und die, die Eldrasis lieben, werden es kaufen. Das ist dasselbe wie bei Sliveren. Jeder hat irgendwie ein Sliver- und Eldrasi-Deck rumliegen. Dann habe ich ein sehr geiles Landdeck mit ganz vielen verschiedenen coolen Effekten, mit einem Spielziel, der mir sehr gut gefällt. Und dann habe ich ein Lore-Golf-Deck, das zumindest angelehnt ist an früher mal modernen. Was mich ein bisschen pleasent. Also alles in allem, wenn wir den Preis rauslassen, wenn wir rauslassen, dass es Commander-Decks für ein modern Set ist, bin ich mit den Decks, allen vier, relativ zufrieden. Abgesehen davon, dass sie in fast, nee, eigentlich in jedes, in jedes wieder diese Drextempel reingehauen haben. Und ich einfach wünsche, dass sie es mittlerweile niemals geprintet haben. Und dass beim Tamo-Golf-Deck viel zu viel getappt reinkommt. Aber ansonsten, Land-Base kennt ihr uns, da meckern wir immer drüber, da könnte man was machen. Aber sie haben diesmal auch ein Deck reingebracht, wo ich sagen muss, da ist die Land-Base ziemlich in Ordnung. Ja, aber auch nur, weil es sich quasi da auch um Länder dreht auch. Also das ist halt eben das Ding. Wenn dein Fokus auf Länder ist, ich glaube, dann können sie das interne Budget auch eben ganz gut da irgendwie reinsetzen. Aber ja, ich finde es auch, ich finde die Decks, glaube ich, grundsätzlich gelungen. Selbst das Eldrasi-Deck, ich habe halt schon so viele Kommentare gelesen von Eldrasi-Fans und mich mit so vielen Eldrasi-Fans auch unterhalten, die halt einfach so die Augen funkeln mit Ula Leck, dass man jetzt auch alle Eldrasis irgendwie spielen kann. Und ich verstehe den Spaß dran. Ein Teil von mir sagt, das ist herzlich und kreativ und es macht halt irgendwie keinen Sinn, ein farbloses, fünffarbiges Deck zu haben. Aber das bin auch nur ich. Und ich finde halt den Preis absolut überschätzt. Aber da haben wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Und dass das mit dem Namen eben kommt. Mich interessieren, glaube ich, am meisten wirklich das Tricky-Terrain-Deck und das Energy-Deck, einfach nur, weil es halt die meiner Meinung nach kreativsten Ideen sind. Sie machen am meisten aus, sag ich mal, den bekannten, sag ich mal, Themen. Man kann sie halt eben noch gut zusammensetzen, eben aus alten Pre-Cons, was für mich auch immer ein Plus ist. Also sprich, das Länder-Deck kannst du ganz gut kombinieren mit dem Desert-Deck, was wir vor kurzer Zeit haben. Das Energy-Deck mit dem Fallout-Deck, weil es halt eine ähnliche Thematik hat. Und das finde ich einfach ganz schön. Und das Graveyard-Overdrive ist irgendwo in der Mitte zwischen eben Eldrasi und den beiden kreativeren Sachen, wo ich denke, das ist ein solides Graveyard-Meter-Deck. Auch bei Weitem ist das Kreativste. Ich finde die Logolf-Thematik irgendwie ganz süß, aber weiß jetzt auch nicht, wie ich das so finde. Irgendwie bricht mir das ein bisschen das Herz, wie weit Tabogolf gefallen ist, dass er eine Aura, die auf dem Land gespielt wird, einfach empowert. Und das ist alles, was der Tabogolf mittlerweile ist. Und das tut ein bisschen weh. Aber es ist bei Weitem halt schlechtes Deck. Und die Reprints sind halt durchweg eigentlich solider. Deswegen kann man nicht viel drüber meckern, würde ich sagen. Aber wie seht ihr das? Wie findet ihr die Modern Horizons 3 Commander-Decks, wie findet ihr Tricky-Terrain, wie findet ihr Graveyard-Overdrive? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Ideen habt für Commander-Decks, die ihr euch aus alten Modern-Decks gewünscht hättet, vielleicht ein Splinter-Twin-Kombo-Ding oder so was. Oh, Splinter-Twin-Kombo. Is it legendary, wo du sagst, immer wenn du eine Kopie von einer Kreatur, die du auf dem Board hast, kannst du eine Karte ziehen oder so. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Ich bin sehr freund, davon euch zu hören.